Willkommen bei Talk Concrete, der Podcast. Mein Name ist Ulrich Lotz und wir freuen uns sehr, dass wir heute Dr. Albert Dürr bei uns haben als Gast. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter von Wolf & Müller. Viele kennen ihn natürlich. Und unsere Mission, die wir natürlich am Rande immer begleiten, ist das Thema, wir wollen nachhaltiger bauen insgesamt und natürlich auch mit dem Baustoff betonen. Und deswegen freuen wir uns, dass er heute hier ist. Aber bevor wir jetzt zu unserem Baustoff kommen, lieber Herr Dürr, wollen wir natürlich ein bisschen in die Zukunft schauen, in die nahe Zukunft. Sie sind Geschäftsführer und Gesellschafter von einem großen Familienunternehmen der Bauwirtschaft, eben Wolf & Müller. Wie glauben Sie, dass sich die jetzt auch ein bisschen beschworene Krise im Jahr 2023 auf die Bautätigkeit insgesamt auswirkt? Tja, Lotz, vielen Dank für diese Eingangsfrage. Als wir beiden darüber gesprochen haben, einen Podcast zu machen, das war ja auf den Ulmer Betontagen übrigens eine sehr bemerkenswerte Veranstaltung, die ich mit vielen guten Erlebnissen wahrnehmen durfte, habe ich mich sehr auf den Podcast gefreut. Wenn Sie mich jetzt eingangs gleich mit solchen schwierigen Fragen löchern darf, ist jetzt natürlich die Frage so ein bisschen dahin, aber ich will es trotzdem mal probieren. Unter der Überschrift, die Sie alle sicherlich schon zigfach gehört haben, es gibt natürlich auch bei mir nicht die berühmt-berüchtigte Glaskugel, die da im Raum ist. Klar. Es gibt aber einen Grundsatz und der heißt, wenn man zum Jahresende hin in die Bücher schauen darf und da doch der ein oder andere Auftrag drin ist, dann kann man durchaus mit einer gewissen Zuversicht ins nächste Jahr schauen. Und das ist bei uns zumindest der Fall. Und wie ich mit Branchenvertretern spreche und von denen höre, ist es da durchaus auch so. Eigentlich ja bemerkenswert, weil wenn man die Zeitungen, Zeitschriften, Tagespresse aufmacht, denkt man ja so, ab und zu morgen geht die Welt unter. Scheinbar tut sie das doch nicht, sondern es gibt sich ein sehr, sehr differenziertes Bild. Und in dem Geschäft, in dem wir unterwegs sind, das ist ja vor allem im Geschäftsfeld Bauen, ist es der klassische Industriebau, ist es der Tief- und Straßenbau, ist es dann auch noch das ein oder andere Thema im Sonderbaubereich. Aber da finden die Geschäfte sicherlich auch natürlich mit den Spuren, die nun mal die Krisen der jüngeren Vergangenheit mit sich gebracht haben, statt. Aber sie finden eben statt. Deswegen, sage ich jetzt mal, dürfen wir durchaus nicht nur mit großen Sorgen in die mittlere Zukunft schauen, sondern dürfen uns auch dessen bewusst sein, wo wir gerade in Deutschland jetzt gerade momentan stehen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann darf man das, ich habe hier gerade so ein schönes Glas vor mir stehen, auch mit einer gewissen halbvollen Mentalität und mit einer positiven Zuversicht und Energie tun. Und dann kann man an den Dingen arbeiten, an denen wir natürlich alle miteinander angesichts der Herausforderungen, die wir haben, nicht nur Krisen immanent aus der Corona und aus der Ukraine herkommt, sondern natürlich auch aus den Krisen, die wir ungeachtet dieser Sondereinflüsse haben und mit denen wir umzugehen haben. Ja, aber gerade Sie haben es angesprochen, der Industriebau, wir haben ja großen Bedarf. Also wir haben Sanierungsbedarf in der Infrastruktur, aber eben auch im Gewerbebau. Wir müssen ja umbauen. Spielt da die, sage ich mal, die Umnutzung von Gebäuden bei Wolfen Möller jetzt schon eine Rolle? Also keine exponierte. Also wir haben in der Vergangenheit auch Bestandsgebäude umbauen dürfen. Natürlich sind wir gut beraten, insbesondere unter dem Thema der Nachhaltigkeit natürlich zu gucken, wie lange kann man ein Gebäude nutzen und wie kann man es auch unter Umwidmungsgesichtspunkten gegebenenfalls auch noch weiter nutzen. Das ist sicherlich eine Frage, die sich viel stärker in den Vordergrund rückt. Aber wir nehmen das jetzt in unseren Auftragsbeständen noch nicht namhaft wahr. Okay, weil es ist ja auch eine Mediensache auf der einen Seite und eine Realität auf der anderen. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir mal den Fachmann des Bauens dann auch da haben. Auch das Thema Industriebau, man hört immer nur vom Wohnungsbau. So ist es ja faktisch, dass man da irgendwelche Horrorzahlen hört, die natürlich sich ein bisschen auswirken durch die Zinssituation. Wir wollen zu dem Thema Nachhaltigkeit zurückkommen. Und es ist das Thema, wir müssen neu bauen, wir müssen umbauen und sanieren. Aber immer spielt natürlich dieser Jahrhundertbaustoff Beton eine besondere Rolle. Der ist im Verruf, CO2-intensiv zu sein. Eigentlich der Zement, der 90 Prozent vom Fußabdruck beim Beton ausmacht. Und wir haben ja immer diese Würfel stehen, wo wir von der Dimensionierung mindestens von hier nach hier oder noch weniger kommen müssen. Wie gehen Sie mit diesem Baustoff heute um? Was verändert sich? Also Sie haben eben den Begriff, wir müssen mehrfach in den Mund genommen. Ich würde das gerne umdrehen wollen, auch da wieder mit einem positiven Ansatz. Wir haben doch unglaubliche Chancen bei uns in der Branche, die weit weg von abstrakt sind, sondern sehr konkret sind. Und ich weiß nicht, welcher Prozentsatz da jetzt der richtige ist. Aber mein Vater hat immer gesagt, wenn wir unser Geschäft mal richtig machen würden, alle miteinander in der Branche, meinte er da, dann würden wir Einspareffekte um bis zu 30 Prozent haben. Jetzt hat er zu seiner Zeit noch nicht so sehr an das Thema Klimaschutz in allererster Linie gedacht, sondern an das Thema Wirtschaftlichkeit. Ich bin da aber immer ein großer Werber an der Stelle, die beiden Punkte sehr gerne miteinander zu verbinden. Das ist schwäbisch. Nicht schwäbisch, höchst schwäbisch. Aber natürlich ist es auch der beste Einreiser für Mauern, die beim einen oder anderen Marketingimpuls im Kontext mit Nachhaltigkeit, der doch oftmals auch besteht, eben genau diese Mauern einreißt. Und wenn ich das hinbekomme, Maßnahmen der Nachhaltigkeit wirtschaftlich anzugehen, dann glaube ich, bestehen diese Mauern eben einfach nicht, sondern es ist dann auch von allen beteiligten Akteuren ein großes Interesse da, eben auch nachhaltige Maßnahmen anzugreifen. Das gilt auch natürlich für den Werkstoff Beton. Und da haben Sie auch gesagt, auch der wird nach vorne hin eine längere Zukunft haben. Das sehe ich wie Sie. Technologie möchte da ergänzen, wir werden, glaube ich, auch alle gut beraten, wenn wir uns nicht nur auf den einen Baustoff konzentrieren würden, sondern da darf das schöne Wörtchen Technologieoffenheit größeren Raum einnehmen. Wir haben es in Bauwerken mit Unikaten zu tun. Und so wie die Unikate eben jedes für sich anders ist, ist sinnigerweise auch die Prüfung, welcher Baustoff denn nun der richtige ist, eben auch eine empfehlenswerte Entscheidung. Und deswegen heißt es, sehen Sie es mir nach, nicht nur Beton. Beton wird sicherlich einen großen Raum haben. Aber eben vor allem auch nicht nur Rezyklate im Kontext von Beton, aber auch Holz, was ja gerade momentan an der Munde ist. Sondern man sollte sehr geordnet überprüfen, was ist denn jetzt das richtige Material für das jeweils richtige Bauwerk? Ja, genau. Also Rezyklat haben Sie schon genannt. R-Beton kommt ja. Und mit dem Holz haben wir natürlich gar kein Problem, weil wir können Hybrid bauen, das ist klar. Und das ist ja genau die Technologieoffenheit, dass der Baustoff, jeder Baustoff an seinem Ort richtig wirken soll. Und da hat auch das Holz eine große Berechtigung, das sich ja auch weiterentwickelt. Aber wir wissen auch, dass das Volumen natürlich bei Weitem nicht so groß ist, dass wir jetzt einen erheblichen Zuwachs da wahrscheinlich haben werden können. Aber das ist für den Beton keine Beruhigung, sondern unsere Meinung ist ja, dass wenn sich der Beton am stärksten ändert in seinem CO2-Fußabdruck, dass der größte Fortschritt im Volumen erzielbar ist. Deswegen wollen wir auch leichter bauen. Und ich habe neulich mich mit dem Professor Blondini unterhalten, der gesagt hat, früher gab es immer Rippendecken und er hat Nervi, da wird es eine Ausstellung nächstes Jahr in Stuttgart vorgeben. Das ist ja auch ein italienischer Landsmann, wo er von der Ursprung herkommt. Und er hat gesagt, wenn wir nur so bauen würden wie Nervi in den 60er Jahren, hätten wir auch bei manchen Konstruktionen schon 50 Prozent eingespart. Und da gibt es eine Renaissance, behauptet er. Also insofern, ich glaube, da kommen wir auch zurück. Ja, sehen Sie, es kommt alles wieder, so wie in der Mode. Und das ist natürlich auch gern gesehen, weil das spiegelt auch so ein bisschen auf die 30 Prozent, die ich eben angesprochen hatte, die mein Vater immer im Kopf hatte, die einsparmöglich sind. Und da hat er damals ja schon eigentlich bestehende Prozesse und Produkte im Blick gehabt und gar nicht irgendwelche neueren Entwicklungen zunächst mal. Weil das, was wir allgemein als Sektor im Bauen machen und vor allem wie wir es tun, hat halt mittlerweile auch ganz andere Möglichkeiten, wie wir mit der Komplexität umgehen können, wenn wir es denn gemeinsam wollen. Und deswegen ist das weniger ein Produkt-Fragethema, wie wir die Herausforderungen in der Zukunft lösen, sondern es ist multikomplex, sowohl was die Produkte angeht, als aber auch was die Prozesse vor allem eben auch angeht, die dazugehören. Und vor allem dann die dazugehörigen beteiligten Akteure. Und wenn da jeder für sich in seinem, ich sage da immer so schön, den Begriff des Hofes, der ihr oder ihm zur Verfügung steht, kehrt und mal anfängt zu sagen, nicht du bist der Schuldige und ich warte mal, bis du deinen Hof gekehrt hast, so lange mache ich gar nichts. Sondern wir alle verstehen, dass wenn wir an die Herausforderung der Zukunft wirklich gemeinsam systemisch herangehen wollen, dann kommen wir auch relativ schnell auf relativ einfache Lösungen, die heute schon da sind. Insofern herzliche Grüße an den Herrn Professor Blandini zurück, mit dem ich mich auch immer sehr gerne austausche. Da folge ich seinen Ausführungen ganz genau. Ja, und vor allem, wir haben ja das Gebäude eigentlich im Blick. Wir sind ja auch viel mit der DGNB im Gespräch. Und dort ist ja auch ein ganz klarer Auffassungswandel oder auch überhaupt die Auffassung, dass das Gebäude am Ende die nachhaltige Performance zeigen muss, über den Lebenszyklus bis zur Rezyklierbarkeit. Das, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mir immer sehr gut gefällt. Allein ich sehe ihn in der Praxis nicht. Das ist allein schon die Vergabeprozesse, wie sie und auch sämtliche gewohnt geübte Blickrichtungen aller beteiligten Akteure, richten sich zumal auf die Gestehungskosten zum Zeitpunkt der Vergabe. Und das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, dass natürlich der komplette Produktlebenszyklus eines Bauwerks im Blick zu nehmen ist. Die Praxis ist aber doch deutlich eine andere. Sicherlich mit unterschiedlichen Gewichtungen. Also wenn wir Bestandshalter uns vor Augen führen, die haben natürlich doch ein höheres Interesse, auch mal den einen oder anderen Euro mehr auszugeben, weil sie eben den Blick auf die Betriebsphase doch eher haben, als das im klassischen Traderbereich der Fall ist, wo das jetzt eher eine überschaubare Interessenslage hat. Aber auch da in beiden Fällen, auch bei den Bestandshaltern, ist natürlich der Blick schon sehr stark auf den Zeitpunkt der Vergabe und der Gestehung und nicht auf die Gesamtbetriebsphase in Gänze. Der Billigste soll es haben, bis Cradle to Gate. Also bis es fertig ist quasi. Also da müssen wir aber doch gemeinsam auch in der Bauwirtschaft was ändern, dass wir sagen, der Lebenszyklus soll ein Kriterium werden. Ist er das eben nicht in der Ausschreibung. Ja, Herr Lotz, mit diesem Podcast sind Sie jetzt ja gerade dabei. Und wenn er viel gesehen und geteilt wird, wofür wir nur werben können, dann haben wir jetzt ja schon mal ganz bestimmt nicht den ersten, aber einen weiteren Impuls gesetzt. Ja, wunderbar. Ein bisschen was Persönliches immer noch. Was bewegt Sie für Ihre und auch die nächsten Generationen, dieses Thema Nachhaltigkeit beim Unternehmen Wolfen Müller aktiv voranzutreiben? Wie machen Sie es? Also wir haben bei Wolfen Müller das Prinzip der Nachhaltigkeit mit dem Namen. Da kamen irgendwann mal Kollegen auf mich zu und sagten, Mensch, also der Opa, dein Großvater, hat doch damals schon in seiner ihm eigenen Art durchaus auch lautstark über die Baustellen gehen, geschimpft, wenn er eine Kiste Nägel im Dreck hat liegen sehen. Und das ist doch irgendwie auch Verschwendung und hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Können wir nicht alle Themen der Nachhaltigkeit Gottlob-Müller-Prinzip der Nachhaltigkeit nennen? Da habe ich gesagt, ja, das könnt ihr machen, aber bitte nur unter einer Voraussetzung, nämlich immer dann, wenn ihr das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Wirtschaftlichkeit in Zusammenhang bringt. Dann ist mein Großvater zufrieden und ich hatte ja vorher schon intensiv Werbung darum gemacht, dass man es genau so sehen sollte, einfach auch als Katalysator für Themen der Nachhaltigkeit. Ja, und das hat irgendwie offensichtlich meinen Großvater schon berührt, dass man mit Verschwendungen ja nicht hausieren geht, sondern Sie haben eben den Begriff Schwäbisch. Ich weiß nicht, ob das nur Schwäbisch ist. Ja, Schwäbisch ist ja oft nachhaltig, weil man Dinge lange nutzt, zum Beispiel sie vielleicht auch nochmal repariert. Ja, also uns wird es auf jeden Fall nachgesagt, aber es geht ja auch anderen Landsleuten durchaus so, dass sie da auf Reduktion von Verschwendung achten und das ist was, was ich sehr sympathisch finde, gerade angesichts der Riesenchancen, die sich bei uns in unserem Sektor befinden, wo man überall noch Prozesse optimieren, mit Produkten in der Entwicklung arbeiten kann. Wir haben ja gerade die schöne Situation, wir sind nicht konzentriert auf ein, zwei, drei Werkstoffe, sondern wir haben ja wirklich eine breite Palette und das ist eine ganz fantastische Branche, in der wir sind mit ganz fantastischen Möglichkeiten und da macht es einfach Spaß zu schauen, wie kann man die denn weiterentwickeln. Und das gerade im Kontext natürlich von Nachhaltigkeit ist jetzt, ja, gerade aktuell auch ein Zeitgeistthema, aber ich finde, genau da stellt man gegen den Zeitgeist auch die Langfristigkeit und eben auch die Nachhaltigkeit, wenn man sagt, ja, wir wollen es tun, aber es muss auch wirtschaftlich sein, weil wir sind ja am Ende des Tages Wirtschaftsakteure und müssen Geld verdienen. Am Schluss muss unter dem Jahr, am Ende des Jahres muss Geld bei rauskommen, sonst haben wir keinen Existenzanspruch. Und wenn man das miteinander zusammenkriegt, finde ich, das erfüllt einen mit hoher Freude und macht Spaß, solche Prozesse, solche Entwicklungen und dann auch, wie sie dann Realität werden, begleiten zu dürfen. Und das erfüllt mich und ich merke das in der Firma, das erfüllt ja auch unsere Leute, wenn sie da sehen, Bauwerk hat genau solche Themen umgesetzt und ich war da dabei, also die Kollegen, die es dann umsetzen durften. Es ist ja schön am Bauen, dass man das Ergebnis sieht und lange das Ergebnis sieht. Und eins nehme ich jetzt auch schon mal mit, diese alleinige Fokussierung auf das Thema CO2 eines Gebäudes, das ist vielleicht auch mal offiziell ein bisschen zu relativieren. Das ist natürlich wichtig. Wir müssen den CO2-Wurzabdruck auch der Gebäude senken, aber spielen eben viele Faktoren rein, die die Langlebigkeit, für mich auch immer eine soziale Nachhaltigkeit bedingen, weil es muss den Leuten ja auch angenehm in dem Gebäude sein zum Beispiel. Ja, also so wie wir jahrzehntelang jetzt rückblickend lernen dürfen, dass der Preis nicht allein alles ist, was das Entscheidungsmerkmal sein darf, sollten es andere Faktoren auch nicht sein. CO2 finde ich jetzt momentan gar keinen schlechten, weil den haben wir jetzt mal alle gelernt. Den haben wir jetzt mal alle gelernt und wir haben hier noch nicht in die Umsetzung geführt hinreichen. Da dürfen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und wenn das eine Kenngröße ist, die geübt ist, dann unter der Überschrift Technologieoffenheit gegen realistisch erreichbare Kennwerte gearbeitet werden darf, dann haben wir doch wieder das, was wir hier in Deutschland doch zuhauf haben. Dann lasst doch unsere Ingenieure gerade hier in der Region, nicht nur das Land, sondern hier die Region, die ja wirklich an Ideenkraft nur so spotzt, schon historisch das als wirklich DNA in der Grundlage drin hat, gibt doch dann genau diesen Menschen den Raum, die Ziele zu erreichen, die dann aber auch gesetzt und bitte verbündlich verfolgt werden möchten. Das ist ja ein tolles Stichwort, weil wir glauben weiterhin, zu Recht glaube ich, an die Kraft unserer Innovation und auch des technischen Fortschritts. Und der wird so ein bisschen ausgeblendet. Also ich will jetzt nicht esoterisch werden, dass wir vielleicht alle wieder den eigenen Bauernhof bewirtschaften, weil das kann ein Land wie Deutschland niemals als Grundlage haben, sondern wir haben eben die Innovationsfreudigkeit. Und da spielt die Bauwirtschaft, glaube ich, mit diesen ganzen Digitalisierungsentwicklungen auch eine große Rolle. Und das führt so ein bisschen zum Schluss, wo ich immer frage, wie sieht es denn so ungefähr 2050 aus? Da sind Sie bestimmt auch noch im Business. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie bauen wir in 25 Jahren etwa? Ja, jetzt hole ich mir die Glaskugel von eingangs wieder raus und lese Ihnen da vor, was da drin steht. Im Jahr 2050 durften wir eben schon feststellen, das ist gar nicht mehr allzu lange hin. Und wir werden da sicherlich mit einem höheren Grad an solchen Dingen wie vorgefertigten Teilen eine Rolle spielen. Ich wünsche mir ganz persönlich, dass wir auch die Energie, die heute in unserem Sektor eigentlich verbracht wird, mit Probleme zu lösen, den Prozessen hinterherzulaufen, Troubleshooting zu begehen, wirklich in Menge. Warum? Weil im Vorfeld die Prozesse nicht eindeutig definiert sind, so wie das eigentlich völlig Branchenstandard in anderen Sektoren ist. Würde ich mir wünschen, dass in dem Bereich auch sich einiges bis dahin ergeben hat, dass man solche Begriffe wie Industriestandards sich nicht scheuen muss, sie in den Mund zu nehmen, weil das schlussendlich auch Orientierung gibt für alle Akteure, die Anbauwerken beteiligt sind. Und ich habe vorher schon gesagt, wir lösen die Herausforderungen der Zukunft nur gemeinsam und wir lösen die nicht in unseren einzelnen Nussschalen, wie wir uns überall befinden. Und dafür braucht es aber auch gemeinsame Sprachen, braucht es auch gemeinsame funktionierende Standards, an die wir uns da orientieren dürfen. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche fehlende Komponente, die uns gut zu Pass stehen würde, gerade angesichts der Megatrends. Vorfertigung habe ich eben schon gesagt. Aber es gibt ja auch das Thema der Digitalisierung und anderen Dingen mehr. Und wenn wir da eine Basis als gemeinsame Sprache hätten, wären es allen beteiligten Akteuren, die sich in Bauwerken zusammenfinden müssen, wäre das sehr, sehr hilfreich und dienlich. Ganz klar, das haben wir immer wieder mal drin. Und wir kommen immer wieder auch auf den Anfang der Prozesskette, nämlich den Planer, den Architekt, also vor allem den Architekt, dessen Daten oder digitalen Affinität oft nicht im Prozess des Bauens so einfach verwendbar ist. Also ich glaube, da ist auch noch einiges Luft drin. Ja, aber auch der Architekt ist ein Beteiligter der Wertschöpfungskette, ein Beteiligter des Systems. Und wir haben ja schon anders als in anderen Branchen Situationen, wir sind ja wirklich eine extrem heterogene und vor allem nicht mächtige in den einzelnen Wertschöpfungsketten befindlich. Wir haben auch die großen Unternehmen keine namhaften Marktanteile. Anders als beispielsweise hier in der Region ist ja Automobil sehr stark. Wenn natürlich ein wesentlicher Player der Automobilbranche sagt, wir gehen jetzt mal in die Richtung, dann folgt der Tross. Wenn jetzt ein Architekt sagt, ich gehe jetzt mal in die Richtung, dann sagen im Zweifel schon alle anderen Architekten, ja, mach mal. Aber die Premium-Einführer sind ja, deswegen hat ja Wolfen Müller auch direkt beim Porsche einen Standort. Wie sich das auch eine schöne verbindet. Auch langfristig nachhaltig gedacht von meinem Großvater, dem ich das in die Wiege legen darf, da hatte ich jetzt keine Aktie mehr drin. Aber wir fühlen uns wohl an dem Standort. Das glaube ich, ja. Auch die Akademie ist ja sehr stark. Ja, lieber Herr Dürr, ich freue mich sehr, dass Sie heute da waren und uns da einen Anblick geben konnten, wie Wolfen Müller die Zukunft angeht. Ich freue mich, dass ich da sein durfte und vielen herzlichen Dank und hoffentlich natürlich gute Reichweite. Das war Talk Concrete, der Podcast. Schauen Sie rein. Stay tuned. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020